Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800, zurück in der Heimat und bereit die Zügel wieder in die Hand zu nehmen. Lasst uns die nächste kleine ansprechende Siedlung aus dem Hut zaubern und auf unserer gelehrten Insel müssen wir auch dringend nochmal vorbeischauen. Doch um welche Insel dreht es sich? Wer ist der Gewinner der heutigen Runde? Wir hätten noch im Angebot Starsburg ganz im Südosten der Karte. Dann einmal hier oben New Ludendorff und gleich daneben Harpool. Auch noch möglich. Oder ganz im Süden den guten Piegerweg. Oder Monroo Silly. Okay, das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, dass wir die rechte Seite fertig haben. Nehmen wir uns mal Starsburg zur Brust. Stellen da wieder ein paar Hütten auf. So wie sich das Ganze gehört. So wie wir das sehen wollen. Dann versammeln wir doch mal die ganze Mannschaft da unten. Material habt ihr alle schön geladen. Und wenn ihr dann ein bisschen Material losgeworden seid, muss ich da mal wieder zwei, drei, vier Schiffe entführen und auf eine andere Handelsrude packen. Das muss dringend noch erledigt werden, weil... Wäre es sehr oberflächlich, sich nach etwas Luxus zu sehnen? Ja, wäre es. Aber sei dir gesagt, wirst du bekommen. Denn darüber wollte ich gerade sprechen. Weil ihr hier nämlich noch ein paar Konserven, Pelzmendel, Nähmaschinen und Rum benötigt, dass ihr aufgerüstet werden könnt. Und das bringe ich euch doch mit Freude noch vorbei. Da können wir euch nämlich auch noch hochstufen. Während wir dann hier unten schön dran rumbasteln. Und Moment, da fällt mir ein. Gerade einhalten! Wurde doch auch gerade fertiggestellt. Wir nehmen nochmal den guten Kaldi und den Dekan mit. Bringen den runter zur geleerten Insel. Hm, ganz frisch aus dem Institut. Noch unverdrogen. Haltende Manöver! Ab nach Gelehrter. Da kommt ihr dann zum Einsatz. Da gibt es ein weiteres Rathaus. Und noch ein paar andere kleine Sachen. Ich sag nur Kraftwerk und Schienen. Ha, ha, ha. Ja, dazu gleich. Vorher nochmal ganz kurz, nochmal ganz, ganz kurz. Nach Piergarden. Denn... Ich muss erfinderisch sein, um zurecht zu kommen. Die Damen und Herren würden ja jetzt noch ein paar weitere Waren benötigen. Aber, das lassen wir mal sein. Wir bringen euch jetzt keine Taschenuhren und Co. vorbei. Aber man könnte euch eventuell... Ein geschickter Zug sich dieses Fachwissen... Ja, eventuell noch ein Bankhaus mit aufstellen. Schule. Zwei noch vorhanden. Können wir wegreisen. Kirche brauchen wir ja auch nicht mehr. Können auch raus. Kümmern wir uns sofort drum. Einige vielversprechen... Ja, jetzt brauchen wir noch... Was brauchen wir denn jetzt? Ein für das Schiff habe ich jetzt gerade fertiggestellt. Ach, dann können wir doch noch weitermachen. Mit ein paar netten... Dann holen wir uns eine weitere... Campus-Erweiterungen. So, den Kollegen, der da gerade fertiggestellt wurde. Moment, wo ist er denn? Ach, Chef, steht bereit. Ach, hier, Neptunsbeute. Du fährst da so sinnlos, deine Kreise. Der war nur ganz allein für dich gedacht. Den darfst du dir einstecken. Und zwar hier einmal rein mit dir. Und... Könnte man dich auch gleich beladen. Und mit... Nach unten schicken. Zu deinen Kameraden. Sind wir unterwegs? Auf den Weg nach Starsburg. So, jetzt aber mal hier raus die Schule. Einmal da, einmal da. Und Kirche an der Stelle weg. Jetzt ist wieder die Frage, wo stellen wir das Bankhaus auf? Ist ja nicht gerade klein. Sag ich mal. Ähm... Wir könnten ja mal damit anfangen. Oh, Moment mal. Da passt das wohl gar nicht doppelt. Oh, da passen keine doppelten Häuser. Ja, wieso das denn nicht? Ja, komm, mindestens hier. Da geht das einmal. Das sehe ich doch. Da, nicht möglich. Nicht möglich. Nicht akzeptabel. Ach, kommt ihr halt mit hier hoch. Aber da geht's wieder, ne? Da wäre jetzt sogar noch Platz für ein. Na, und nun? Nehmen wir dich hier von der Ecke. Bist du nicht so allein da hinten? Und nun? Das sollte doch hier irgendwie hineinpassen. Wird von der Breite wieder knapp. Sehe ich das richtig? Ach, sehe ich richtig. Und mag ich gar nicht. Bleibt uns ja nichts weiter übrig, als die Straße auf der linken Seite rauszureisen. Wenn das mal nicht zu Problemen führt. Ich hoffe doch mal nicht. Und stellen das Ganze einfach mal mit hier auf. Schaut mal, so ein Bankhaus extra für euch hier auf der kleinen Insel. Ob ihr das überhaupt verdient habt, ist wieder die nächste Frage. Items bräuchtet ihr noch? Oh, da sehe ich aber, da fehlt schon mal der Mr. Garrick hier mit seinen Taschenuhren. Den könnten wir euch mindestens noch reinpacken. Ja, mindestens. Aber zuerst mal hier weiter. Raus mit denen. Ja, dann kümmerst du dich mal darum. Wande mal über. Bringst das noch. Bringst noch zwei Stück rüber nach Piergarten, dass wir das auch erledigt haben. Wir sind fasziniert. So, alles abgerissen. Alle Lücken wieder zu. Bankhausbedürfnis erfüllt. Rest gibt's jetzt nicht von mir. Dann war noch was in La Ferté. Und zwar, was hatten wir vergessen? Das haben wir uns verdient. Eine Kirche. Na super. Ist jetzt auch nicht gerade klein, das Teil. Wo bring ich das denn jetzt wieder unter? Da müssen, glaube ich, ich glaube, da müssen mal ein paar Häuser weg müssen da. Und wo wäre günstig? Eigentlich kommt da nur hier ihr Infrager. Ach, kann man euch irgendwo vielleicht noch mit hinstellen? Ich möchte euch ja jetzt nur ganz ungern abreisen. Ach, na schaut mal. Oder war es da wegen dem blöden Uferbereich nicht möglich? Ich erinnere mich. Da war doch wieder was, oder? Ja, geht nicht. Super. War es doch an der Stelle. Dann halt nicht. Aber du warst da auch gar nicht gemeint. Euch wollte ich nehmen. Hab ich schon alle Ecken ausgefüllt hier. Ach. Da hinten, da wäre noch eins möglich. Aber das macht nun den Braten auch nicht fett. Ja, kommt, weg mit euch. Da wären wir genau bei Null. Ui, es wird knapp. Es wird knapp. Schöne Geräusche für euch. Das gab ja nur Zufriedenheit. Jawohl. Aber dann könntet ihr... Die Lager sind voll. Dann könntet ihr auch aufgerüstet werden, wenn wir die nächste Insel bevölkern. Und darum, genau darum, wird es jetzt gehen. Ach, wieder ein Gedränge hier. Jetzt muss ich aber mal ein bisschen aussortieren. Hier, du bist nicht benannt. Du bist benannt. Alle Nicht-Benannten erst mal zur Seite treten. Nähmaschinen für Silus. Du kommst gleich auf die andere Route. Hallo. Einmal nach rechts, bitte. Rum für Silus. Sind unterwegs. Daneben, wenn ich bitten darf. Du nach links. Du nach rechts. Ach. Ein paar viele Schiffe vielleicht hier. Hätten... Hätten vier, fünf auch geteilt. Aber man muss ja mal wieder übertreiben. Berlichingen, auch erst mal raus da. Beidrehen! Und vier Stück? Das sollte es doch schon gewesen sein, oder? Frachtschiff steht bereit! Hergules, Platz machen, Donnermuschel, raus aus der Bucht und stören, Fried. Ja, genau das machst du. Du störst. Abdrehen beginnen! Ihr vier, Pelzmändel, Konserven, Nähmaschinen und Rum. Bitte einmal näher treten und ausladen, was ihr da so schönes geladen habt. Und wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wir das mit den öffentlichen Gebäuden hier unten anstellen. Ist nicht gerade... Ist nicht gerade die beste Inselform. Würde ich erst mal so bescheiden. Das bekommen wir schon mal ohne Probleme. Und da... Und die Ladung auch noch. Jawohl. Dort was. Na dann passt das mit Sicherheit auch rein. Wen habe ich noch nicht? Die Ziegelsteine. Zum Horizont! Ja, bevor ich das erste Haus hier setze, werden wir euch mal losschicken, dass ihr nicht so sinnlos hier rumsteht. Ruten! Wir wollen schauen nach Silus Mia. Bestücken mal sofort die Fleischkonserven hier mit, 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 mit. Dem Kollegen. Unterwegs. Perfekt. Dann gibt es jetzt die Nähmaschinen direkt von mir hinterher. Plus Pilzmäntel. Ein bisschen Luxus muss ja auch sein. Und natürlich... Ach, da brauche ich gar nichts weiter zu sagen. Der gute Rum. Sollt ihr alles bekommen. Na wunderbar. Jetzt dürft auch ihr ein bisschen näher treten. Aber Moment mal. Machen wir das mal etwas geordneter. Du behältst mal deine Ladung. Sind wir unterwegs. Einmal Ziegelsteine passt noch. Fenster geht noch rein. Eine gute Mischung Fenster und Stallbeton. Nehme ich auch gern. Alter! Hier ein paar Bretter noch. Machen wir euch erstmal leer. Und schicken wir euch schon mal wieder weg hier. Dass das mal ein bisschen leerer wird. Kisten unter Deck. Wollt ihr nicht mehr? Ich hätte es genommen. Na, das ist ja jetzt auch kein großes Problem. Das verbasteln wir mal eben schnell. Aber jetzt zu meiner Frage nochmal. Wie mit den öffentlichen Gebäuden. Einmal. Einmal wird das Ganze nicht reichen. Davon kann schon mal ausgegangen werden. Wir könnten hier unten was mit dazwischen stellen. Könnten wir. Ach, wisst ihr, was wir auch machen müssten? Ach, müsste man auch auf den anderen Inseln schauen. Ob wir jetzt überhaupt den Platz noch freigelassen haben bei den Minen. Dass wir da die Handelskammern noch reinstellen können. Hier, die. Erwischt schon mal drei Stück. Da muss da unten aber auch noch eine mit hin. So, na da fangen wir doch mal an. Fangen wir. Mit dem guten alten Marktplatz. Einmal hier oben. Und wie wir das hier machen? Hm. Wie sieht es denn da aus mit Häusern? Aha, aha, aha. Da würde so eine Sechserpack direkt da reinpassen. Ja, könnte man doch so machen eigentlich. Wenn ich es mir mal so überlege. Hier einmal so, einmal so. Nehmen wir die zwei hier an der Stelle raus. Kommt ich da sogar noch mit der Straße drum herum. Hier könnten wir das Ganze erweitern. Hier irgendwo dann hin. Die nächsten öffentlichen Gebäude. Oh, erst mal testen. Erst mal testen. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Ja, mittlerweile sind es schon mit diesen jetzt 35 Stück. Mensch, ob ich heute überhaupt noch dazu komme. Aber muss ja, muss ja. Auf welche Themen gewinnen? Famos. Denn es steht doch schon wieder Neues auf dem Plan. Und ich sage nur Season Pass und Speicherstadt. Mehr brauche ich da nicht zu erwähnen. Und das wird uns in den kommenden Folgen dann auch wieder ein bisschen beschäftigen. Gehe ich mal stark von aus. So, dann erst mal wieder einen Marktplatz. So oder so. Ach, mal lieber so. Dann passt ja noch eine schöne Feuerwehr direkt mit daneben. Und dann stelle ich euch hier unten aber auch noch mit hin. Die quetsch ich. Die quetsch ich. Ja, wo quetsch ich die denn rein? Hm. Ist jetzt nicht so doller hier. Mit in die Ecke hier unten. Kann man eigentlich tun. Oh, Friemel, Friemel, Friemel. So, Marktplatz können wir schon mal hinstellen. Muss ich mir noch überlegen, ob ich die Feuerwehr dann da unten hinstelle. Wir brauchen jetzt erstmal noch Wirtshaus, Wirtshaus und, 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 und. Eine Schule. Auf jeden Fall. Hm. Hm, 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 hm. Ha, 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 ha. Wenn ich das so aufstelle und das direkt mit daneben. Ach, wir brauchen auch noch ein Hospital. Ja, das passt aber wenigstens. Ach. Kann man das Lagerhaus damit wegnehmen? Noch auf die andere Seite. Das hier unten braucht ja keins, die Mina. Die wird durch Kontor versorgt. Ähm. Dann erstmal das komplette Stück. Bis dahin wieder weg. Bis ich einen besseren Überblick habe. So, jetzt. Hospital. Hin da. Können wir auch gleich aufstellen. Diese Stadt zieht helle Köpfe. Ja, dann ist das halt so. Da unten hätten wir das. Jetzt noch einmal hier oben hin, das Ganze. Und eigentlich, eigentlich müsste man hier auch die Kirche noch irgendwo mit aufstellen. Wenn ich das da machen würde, dann reicht das für die ganze Insel. Ja. Und überall an die restlichen Stellen können jetzt die Häuser eigentlich hin. Hm. Hm. Der kleine Knick hier geht mir auch ein bisschen auf den Keks. Ich glaube, das werde ich doch nochmal begradigen, das Ganze. Also, so, hier geht's nach unten. Hier kommen die ersten Häuser. Einmal so. Ach, Moment. Moment. Das ziehe ich nicht wieder von Hand. Das kopieren wir schön wieder. Einmal so. Einmal so. Ja, ich weiß, da müssen dann auch wieder... Oder da muss dann auch noch Platz gelassen werden für die Rathäuser. Ist mir durchaus bewusst. Erstmal alles hier aufstellen. Na, Moment mal. Da sehe ich doch, du bist nicht an der Straße. Ein Feld weiter nach oben geht auch nicht. Ach. Musst du leider raus. Musst du. Weil das ja sonst nicht schön aussieht hier. Kommst du da hin. Und die Straße machen wir auf der linken Seite. So, da passt leider nicht mehr als eins hin. Aber immerhin. Da, 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 da. Moment. Nochmal kurz überprüfen. Check. Ja, genau. Da war doch was. Feuerwehr. Sollte hier unten eigentlich auch noch hin. Und da hinten in der Ecke gibt es Probleme mit Aufstellen der Häuser. Na, die perfekte Stelle für die Feuerwehr. Sei das mal sei mal gesagt hier. Haben wir es. Sollte alles da sein. Und dann noch ein paar Hütten aufgestellt. Noch einen kleinen Zwischenweg an dieser Stelle. Da durchgezogen. Hier noch. Ja, zwei Stück. Da noch einmal. Ach, Moment mal. Moment mal. Nein. Nicht. Nein, 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 nein. Das machen wir aber mal nicht. Weil. Weil. Aus Gründen. Ich da erst mal noch mit der Straße durch muss. Passt es vielleicht doch noch? Nein, war ja klar. Gut. Dann hier wieder nach oben. Da noch eine Hütte hin. Oder können die Nächsten kommen? Können sie. Geht da noch eine Straße? Geht da, geht da, geht da? Nein, geht nicht. Na gut. Dann. Hätte ich mal gern hier so ein. Ein Stück. Schneide ich mir mal raus. So. Oder so. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube. Ich glaube. Ähm. Ich glaube. Wir machen das mal. Im Hochformat. Fangen wir unten schön an. Joa. Joa. Oder fangen wir oben an. So. So. Halt. Na geht doch. Einigermaßen. Dann hier nochmal schön was hin. Und hier nochmal. Und da nochmal. mal. Und dass da, wo jetzt nichts mehr hinpasst. Wieder ein paar schöne Straßen. Und wir haben es. Insel voll. Muss nur mal aufgebaut werden, das Ganze. Und versorgt werden wollt ihr ja auch noch. Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Die roten wurden noch nicht vorbereitet. Müssen wir noch machen. Was braucht ihr denn da wieder? Brauch mal eins auf hier. Moment mal, erst mal hier. Die Öffentlichen, ne? Die Öffentlichen kommen ja immer zuerst. Ups. Na gut, dann schaue ich bei dir halt. Ja, ein bisschen. Ist ja nicht schlimm, wenn es nicht stört. Ach, nach all der Zeit immer noch nicht, Edi. Ach, schäm dich. Geh weg. Geh mir aus den Augen. Ihr braucht Fisch, ihr braucht Kleidung, und ihr braucht Rum. Neue Befehle. Also drei Stück. Oh, Fisch für Stars. Machen wir das mal gleich. Fisch für Stars. Kisten unter Deck. Kleidung hinterher geschoben. Und neue Befehle. Naps. Drei Waren werden euch vorbeigebracht. Leer machen wir euch gleich. Und ach, ich muss dringend noch nachgewehrt. Ja, Jungs. Und Mädels. So sieht's doch mal aus. So, du bist leer. Erstmal beiseite. Jetzt kannst du noch mal runter. Das bekommen wir auch noch irgendwie rein. Siegelsteine. Sie haben ein Fluss gewonnen. Hatten wir schon eine. Steiträger aber noch nicht. Bretter schieben wir auch noch ein. Hinterher. Ja, ist ein bisschen zu gut gemeint diesmal hier. Aber besser als immer zu warten. Dann. Route zusammengebastelt und euch draufgepackt hier. Stars Burg. Erstmal Fisch. Den. Moment mal. Du musst ihn noch mal kurz überprüfen. So geht die Gurg. Da waren doch noch die Hütten. Genau. Da bediene ich mich mal daran. Solange ihr den noch braucht. zu Fisch für Stars Burg. Wurde das so geschrieben? Ah, ich nenne es jetzt einfach mal so. Stars Burg. Stars Burg. Jawohl. Passt. Fisch haben wir diesmal gleich parat. Hier den Dampfer, der sich darum kümmert. von Surgi de Kurg. Das passt da runter. Ja, mach voll die Hütte hier. Raus, 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 raus. Auf den Weg mit dir. Dann... Die gute Arbeitskleidung. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Ihr sollt mir doch nicht in Fetzen rumlaufen. Und nackt schon gar nicht. Das will ja wohl mal keiner sehen. Hätten wir... Hätten wir... Ja, wo hätten wir den denn? Frag mal so. Ganz lieb. Da. Nehmen wir mit aus Hottenfords. Packen wir raus ins Stars Burg. So. Ach, die Lager hier sehen noch gut aus. Da muss nichts getan werden. Aber woran in nächster Zeit auch noch gearbeitet werden muss ist Öl und ist Golderz. Das geht so langsam in die Knie. Aber mit ein paar entsprechenden Items und Co. Kann man da noch ein bisschen was rausquetschen. Muss man sich nun mal drum kümmern. Wird geladen, wird entladen. Jawohl. Ähm... Schnaps noch, ne? War's doch. Frachtschiff steht bereit. Jawohl. Hallo? Oh. Nicht, dass mich das Spiel wieder hier hängen lässt. Das muss jetzt nicht auch noch sein. Neue Route... Sch... Nennennennennennennennennennapps. Die letzte Route für heute. Einmal wieder hier. Hottenford. Hottenford. Packst ja rein. das gute ziel war so hier 246 stimmt entladen und tagendran wie sieht es bei euch aus bekommen wir euch leer so da hoch dahin daneben gestellt ne moment mal habe ich da nicht noch jemanden mit holz hingeschickt ja was soll denn das befehle missachtet das merke ich mir und mit anlegestellen und depots sieht es wohl auch schlecht aus ne brauche ich wahrscheinlich gar nicht erst anzufragen ja ja na gut zwei anlegestellen stehen ja depots eigentlich auch ausreichend vorhanden für das was es ist eine kleine schleppsche insel hier mehr druck im kessel geht nicht nur dann stellen wir erstmal die hütten jetzt auf die wache kommt ja auch gleich solltet nicht allzu lange darauf erwarten müssen so sie haben ein neues zwischenziel erreicht hat häuser gibt es hier wo gibt es gibt es die jetzt schon auch kommt machen wir das auch gleich noch dann haben wir es hinter uns und dann wird es nicht wieder vergessen dann wird es nur hier unten eins in der ecke ja obwohl man könnte drei aufstellen müsste dann aber jedes mal vier häuser opfern das heißt im gesamten land zwölf stück ich fange mal hier hinten an machen wir das mal so nehmen wir mal dich raus stellen wir mal damit hin ach doch nicht im blau pause modus hier wir können es uns doch leisten gleich hin das ding und dafür die straße das ist jetzt aber blöd da kommen wir auch nicht hin oder nein nicht wirklich dann werden wir dann werden wir ja was werden wir denn dann klein moment technische schwierigkeiten nehmen wir das mal so nehmen wir euch raus passt da jetzt passt nicht hin es muss mindestens da hin aber jetzt passt es ja wenigstens ne ja ich möchte ihnen keine umstände bereiten aber bin ja gleich wieder für dich da das noch schnell und hier unten noch schnell einen platz gesucht dann sind wir fertig mit der insel versprochen ähm vorerst die vier nehmen wir jetzt noch aus das kommt hin aufgestellt straße dran und das war's bekommen würde ich doch auch noch näher na schau mal und euch schicken wir schon mal vorsorglich rüber nach gläta falls wir da noch ein bisschen material brauchen jetzt zum aufstellen der häuser auch wenn die zeit schon wieder weit fortgeschritten ist das werden wir jetzt noch in angriff nehmen wird es halt wieder ein bisschen länger was soll's so ihr seid leer ihr dürft schon mal wieder in den hafen zurückkehren auch mit dir hatte ich heute eigentlich auch noch so viel vor was denn da los ach wer macht denn sowas wieder beim schlafen gehen die gaslampe angelassen oder was ist da los ein kurzer in der leitung kein moment ohne probleme ich sag's euch ja gut dann problem gelehrter wir haben das ganze hier zugebaut wieder mal kommen wir nicht mehr mit der schiene durch prima super können wir kein kraftwerk mal hier oben aufstellen das müssen wir ändern da muss das und das erst mal weg so 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 hier gehe ich mal mit der straße weiter und das was verschoben werden kann verschieben wir mal von rechts nach links passt ja sogar eigentlich hätte ich jetzt nicht mit gerechnet dann das stück raus reicht aber noch lange nicht aus eine reihe muss noch weg sag ich machen wir mal so machen wir mal so machen wir mal so machen wir mal so und hier vielleicht noch eins hin dann könnte das ganze ich weiß nicht mehr gefällt mir so nicht wir machen das ganze so weit so und nicht anders genau da kommen wir jetzt hier mit der schiene lang bringt ja jetzt nichts noch länger zu warten hier dann wo gehen wir entlang damit haben wir ja schon mal eine doppelstraße das ist ja schon mal ganz praktikabel aber es müssen ja mindestens dann zwei kraftwerke sein einmal für die linke seite einmal für die rechte seite und das muss dann tja das muss dann wo muss das aufgestellt werden wäre jetzt auch mal gut zu wissen erst mal erweitern hier ach Moment mal ihr seid ja nur 4 enene nen 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 ha 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 na kratzerte ne wartet mal wartet mal wartert mal nochmal weg so eins zwei drei vier eins zwei drei vier machen wir hier Und damit es auch wirklich passt Und ich das sehe Hingestellt die Hütten da Jetzt gehen wir hier oben weiter Ja, da fällt mir schon Deutlich besser Ziehen hier die nächste Straße Und da sollte ich doch jetzt schon Einen besseren Überblick haben Wo das Kraftwerk denn nun hin muss Naja, nicht wirklich Wenn ich das Ganze jetzt hier so kopieren Wollen würde Lass dir mich einfach so machen Gut, schön Ah, das war schon wieder Eins zu viel Das heißt Das Ding Das Ding muss hier aufgestellt werden Genau hier An diesem Ort An dieser Stelle Vielleicht sogar noch Ein Stück weiter nach links Ja, doch Doch, doch Machen wir doch noch ein Stück weiter nach Links Sonst wird mir das so ein bisschen Zu knapp hier Aber dafür Ach Da oben rechts Ihr seht es ja Reicht nicht Jetzt stelle ich es rechts hin Reicht es unten links nicht ganz aus Stelle ich es links hin Reicht es rechts oben nicht ganz aus Es ist wieder so eine Miese Sache Fahr ich den Mittelweg Und stelle es da hin Gut jetzt Ende Aus Genug diskutiert So wird es gemacht Hin da Dann Schiene 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 Da muss ja hier auch Wieder was weg Aber Stimmt Man könnte Das wird später dann noch Das wird später noch Ein schönes Spiel hier Wir machen jetzt erstmal nur noch frei Das war es dann aber für heute hier Das aufstellen und Co Lassen wir uns dann mal Noch für die nächsten Folgen übrig Komme ich wieder nicht doppelt drüber Ne Ach Müssen wir das so machen Müssen wir das so machen Dann Kommen wir Hier Einmal Drüber Kommen da einmal drüber Können hier wieder nach Brauchen gar nicht Ach Ja Ich sehe da doch was Ich sehe da was Wir gehen einfach hier oben lang Warum denn nicht Da fragt man sich Und zur Not kann man dann hier unten auch noch ein bisschen was aufstellen Auch wenn die dann nicht mehr in den Genuss Des Rathauses kommen So Schön Moment mal Moment mal Da muss es ja dann auch nicht mehr doppelt werden Ach Gleich dran denken Brauchen wir nur noch eine Schiene an der Stelle Und Ach ja Kann man erst wieder anschließen Wenn es aufgestellt wurde Machen wir das Hallo Ich gebe dir gleich mal blockiert Da ist nichts blockiert Naja Wollt ihr mich schon wieder ärgern hier So Na gut Das wird heute ein bisschen eng von der Zeit her Ne Lassen wir das mal sein Das andere Kraftwerk und die restlichen Häuser Gibt es dann in den folgenden Folgen Für heute sind wir aber erstmal wieder durch Ab zur Expedition Piratenjagd Oh Zurückgekehrt Ja Ist jetzt Ist jetzt Schlecht Müssen wir halt eine andere nehmen Losgeschickt wirst du jetzt nicht wieder Vorbeigebracht Ist das aufregend Hast du mir auch nichts schönes Wie es immer so ist Oh oh Der irre Prediger Der Kablan geht mit seinen Predigten Zu weit Der Mann des Glaubens Gibt dem angeblich Ketzerischen Verhalten Der Offiziere die Schuld Für jedes Unglück Und jede Gefahr Auf dieser Expedition Es gelingt ihm Misstrauen und Wut In den Seeleuten zu wecken Denn seine Predigten Gehören mittlerweile Zum Alltag der Mannschaft Die Seeleute beginnen Genauso zu reden wie er Und die Leutnants fürchten Um ihre Autorität Dann ihn in einer direkten Konfrontation Diskreditieren Hoffentlich sucht es uns nicht heim Oh das hat doch mal nicht So gut geklappt Die Diplomatin ist dem Kablan Nicht gewachsen Sie konfrontiert den Prediger Vor den Augen der Mannschaft Und schildert ihre Interpretation Der Fehler Die der Kablan begangen hat In ihrem Beharren darauf Dass er Unrecht hat Berücksichtigt sie nicht Die Bindung Die er über Wochen Zu seinen Anhängern Aufgebaut hat Mit ihrer Schmähräder Überzeugt sie nur Sich selbst Der Kablan Merkt lediglich an Dass ihre Wut Der Beweis dafür ist Dass er mit seinen Anschuldigungen Recht hat Die Leutnants Müssen wohl oder übel Für den Rest der Reiser Mit seinen Launen Zurechtkommen Naja dann müssen wir Das mal ertragen Was bleibt uns denn Anderes übrig Einfach weiter Ohren zugehalten Augen zu Und durch Für heute Sind wir damit Am Ende der Folge Angekommen Schluss machen wir Nicht in Eulching Wir beenden das Ganze Da wo wir gerade Aufgehört hatten In Gelärter Und ich sage wieder Vielen Dank Fürs Zuschauen Hat es gefallen Dann Like und Abo Dagelassen Und bis zum nächsten Mal Macht's nicht gut Macht's besser